Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA V. Wir machen heute weiter mit der letzten Mission in GTA V, liebe Leute. Endlich sind wir am Ende angekommen. Mit Folge 90 beenden wir das Let's Play hier hoffentlich. Ähm, wir werden dann wahrscheinlich morgen mit GTA V weitermachen, mit GTA III weitermachen. So, beginnt es zurück in das Haus. Wie gesagt, es könnte die allerletzte Mission in GTA V sein. Dann sind wir durch. So, Devin hat sich mit Mary Wachleuten umgeben. Ja, welche Überraschung. Hey, unless you got news from the Foundry-Team, I don't want to be disturbed. Ja, ich führe mit Devin. Attack ist on! Defensive... He gott Menendez! Oh, äh, soll ich mich hier verschütteln? Komm, Sit! I'm a walk-in-kombat-situation, assholes! I'm gonna sit down your neck! Go in for the kill! So, der ist tot. Die sind oben, hä? Grab that son of a bitch! You bleed like humans, but I know you're reptile! What a pansy! Hold your lines! Don't let them near T.W. Delvin! Den hab ich aber schon mal weggeholt. Loser! Loser! So, der kommt euch schon gegengeputzelt. Wunderbar! So, das war's. Alle Mary-Weather-Heidi sind tot. So. Wo ist denn unser Freund Devin? Na nu? Äh... Äh... Ach, der hat sich in der Kiste versteckt! Warum nicht? Wait, wait, hear me out! No more talking! So, irgendwann ist er mal ein guter Kollege. Woher gibt's jetzt den Treffpunkt? Das Auto, das wir hier stehen, ist ja nicht unsers. Was? Jo. Wollen wir euch die Klippen, wollen wir den runterhauen? Okay. Ohh. We're throwing up. Where am I? You... You don't know what you're getting into, Pat. Hohohohoho. Wollen wir nur losieren. I told them I wouldn't kill you. I didn't say anything about cutting your tongue out. T- T- Waaah. So, hier sind wir mal gut da drin. Du siehst auf das Rationally. Es gibt Menschen, die Sie zu helfen und Menschen, die Sie nicht. Und die Menschen, die Sie nicht, müssen Sie gehen. Ich? Ich bin nicht Rationally. Ich bin nicht egal, ob Sie sind oder nicht. Ich fühle mich, wie Sie auszusehen, Devo. Also, das ist das, was ich mache. Das ist ein sehr schweres Offer. Arbeit für mich. Du hast alles, was du niemals hast. All ich immer wollte ist, dass du dich in und aus der Bewusstsein wirst du dich in und auszusehen. Ja, ja, das ist das, was ich für die Kreativität auf meinem Team. Komm, komm, lass mich aus hier. Look, ich habe meine eigene Firma, Trevor Phillips Industries. Oh, ja, ein fellow entrepreneur. Ich kaufe ein Steak, das gibt dir Geld, um zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob du hörst, aber ich bin irgendwie gold-rich. Also, du hast genau nichts zu offer. Prepare für den Ende, mein Freund. Ich bin nicht verdammt. Ich bin nicht verdammt. Du bist ein totes Mann. Das ist, warum die Leute, die ich in meinem Trunk, sind meistens totes Mann. Oh, das ist totes Mann! Ich bin so totes Mann! So, viel hat man nicht mehr. Zwei Kilometer. Das war gleich durch. So, wir sind jetzt gleich durch. Ich habe eine Armee und meine Begriffe. Find ein glückliches Ort, du Zen-Kuck. Hier sind wir, Slick, mit ein paar Minuten für ein-on-one Zeit. Hey, wir gut, Tee? Never better, Amigo. Franklin? Ah, he'll be here. Franklin. Hey, wassup? I assume you got him? Oh, safe, man. Oh, ain't that right, buddy? Hey, my bad, homie. I pick C. Ain't that a bitch? You know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it, there's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two. Offshoring your profits. Offshoring? Oh, that's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you, Tee? No, I wouldn't. Oh, no, I wouldn't. You wouldn't want to know where you are. Oh, see, but we know your opinions on the matter, Devin. Keep your problems the fuck out of America, huh? In this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. Und gute Nacht, Devin. Resten. Bye-bye. 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 I'll tell you one thing, Tee. I'm getting too old for this nonsense. Das macht keinen Sinn. Ja, das war's, liebe Leute, mit GTA 5. Ich danke euch fürs Zusehen. Es hat wirklich viel, viel Laune gemacht. Es gab zwar auch Momente, wo man dachte, ein bisschen Frust war dabei. Aber wir haben mich in den letzten 90 Folgen wirklich gut begleitet. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, mit euch da in den nächsten GTA-Teil in der Liste zu machen. Das wird dann nämlich GTA 3. Geht morgen um 20 Uhr ungefähr los. Vermute 20 Uhr. Kann auch um 17 Uhr sein. Ich weiß es noch nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen dann. Wenn wir um 17 oder um 20 Uhr. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Bis dahin und auf Wiedersehen. Es war wirklich ein Spaß mit euch. Wie gesagt, aus dem Hause Rockstar GTA 5. Es ist nicht ganz ein 100%-Letsplay geworden. Wie gesagt, es fehlen einige Missionen tatsächlich nicht klar. Aber den allergrößten Teil haben wir gemacht. Die Story haben wir soweit durchgezogen. Auch einige Ne-Missionen oder Forever Fix-Missionen haben wir gut durchgezogen. Ja. Und ich denke, alles um allem war es ein gelungenes Let's Play. Ich danke euch, dass ihr mir zugeschaut habt, mit dabei wart. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann bald bei GTA 3. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.